So, da sind wir wieder. Neuer Tag, neues Glück. Und wir bauen natürlich an unserer wunderprächtigen Bücherei weiter. Ja, so einfach kann es gehen. Hoffe ich zumindest. So. Zuckerrohr wächst natürlich auch. Wunderprächtig. Jetzt werden wir aber erstmal schauen, wie das hier mit dem Glas hinkommt. Das wird eine ein wenig transparente, moderne Bücherei. Ah, doch, das... Meine Damen und Herren, das wird wunderprächtig. So, jetzt mal gehen wir die Klarscheiben noch ein. So, ein wenig modern trifft, alte Kunst. Können wir theoretisch noch den Balkon mit hinknallen. Komm schon, Baby. Jawohl. Nein. Das war fatal. Was soll's. Was soll's. That's life. Oh, oh, oh. Ah, da haben wir Glück. Wir haben auch mal Glück hier im Spiel. Schaut euch das an, wie schön der Baum gewachsen ist. Wir brauchen jetzt jede Menge Holz von dem. Es würde auffallen, ähm, wenn wir mischen mit Fichtenholz. Also von daher nehmen wir jetzt mal das hier noch. Deswegen auch immer die Baumsahme mitnehmen, weil man nie weiß, was man letztendlich braucht. Und bevor man dann wieder die ganze Karte absuchen muss, wo das Ganze war, ist so natürlich am einfachsten. Falls ihr doch mal auf die lange Reise müsst, ähm, nehmt euch ein Bettchen mit. Und die Karte auf jeden Fall, wenn's außerhalb der Karte liegt, schreibt euch die Koordinaten auf. Äh, wo euer Haus oder Punkt war oder wo ihr hinreisen wollt, das macht's ganz ja einfacher. Und auf jeden Fall in meisten Fällen immer Holz mitnehmen, dass man zur Not noch mal eine Werkbank bauen kann oder, ja, andere Sachen. Jetzt hoffe ich, dass wir hier wenigstens recht viel Setzlinge rausbringen. Ach, ein Schaf. Die Wolle nehmen wir natürlich auch wieder mit. Das Birkenholz brauchen wir auch noch jede Menge dann. Zack. Zack. Schauen wir nochmal hoch. Nicht, dass uns die Setzlinge jetzt nicht abhauen. Vier Stück haben wir. Dann setze ich mir hier gleich den nächsten Baum her. Jawoll. Diesmal schaut's gut aus. So, dann brauchen wir noch ein paar Stufen und Treppen, jede Menge für unser Hausdach. So. Reichenbretter, das passt. Lassen wir uns mal 28 übrig. Da brauchen wir noch einen ganzen Schwung voll. Die Treppen sowieso. Ich weiß, dass es nicht ganz reichen wird. Aber es ist ja erstmal für den Anfang. Und der nächste Baum ist ja schon gepflanzt. Also von daher. Äh, brauchen wir noch einen... ganz schön in den Schwung. Schauen wir gleich nochmal hoch. Ob jetzt in der Zeit... Ah, das ist wieder einer. Zwei. Ja. Machen wir hier mal Platz. Jede Menge Platz. Das würde wahrscheinlich eh irgendwann dann für... 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 einen Zaubertrank oder sowas. Für einen Braustand. Nein. Nicht Bierbrauen. Nee. Komm. Wo ist der Samen? Okay. Der ist auch wieder gewachsen. Das passt. Jetzt machen wir hier erstmal unser... Das ist jetzt mal da her. Unser Ding hier fertig. Zack. Brauchen wir mal sicher, als habe ich hier Zuckerrohr welche. Und das mal wieder hier... ein Unglück kriegen. So. Schaut doch ehrlich aus. Auch schön hell dann innen drin. So. Und jetzt geht es los, das Dach zu bauen. So. Das wird jetzt dann ein bisschen tricky. Wie machen wir das jetzt? Am dümmsten. Ich glaube das ist jetzt mal da oben. Da oben an. Dann nochmal eine Reihe reinbauen. So. Schwarze Glas schreiben wir mal keine mehr. Da kriegen wir aber jetzt hier welche. Zack. Soll hier vorerst mal reichen. Ich glaube das Leder schaut auch gut aus. So. So. Ich gucke mal hier wieder hoch. Ah. Da fiel noch mal ein paar Fackeln. He he he. Zack. 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 Hier. Safety first. Na das hier zu viel Monster rankommen. So. So. Jetzt hatte ich hier ein bisschen schwickig. Ich glaube da muss ich dann von außen ein bisschen Hilfe mit Erde nehmen. So. Jetzt muss ich mal leider kaputt machen hier das bisschen. was war ich hier. Zack. So haben wir einen wunderschönen Rundumblick. Wir können ja dann auf unseren Mineneingang ein Türmchen bauen. mich hier richtig schön eine Festung herbringen. Das Ganze kann man natürlich dann auch mit einer Burgmauer versehen. Bloß ich gebe es ehrlich zu mit Burgmauern habe ich es nicht so. So. Das heißt wir fangen hier schon mal an mit dem Dach. Das heißt dann gehen wir doch. Muss ich aber hier. Hier außen anfangen. Muss ich da außen anfangen. Zack. Oh. Das wird. Das wäre richtig hohes Dach. So. Doch das. Das könnte gut. Gut. Gut werden. Ich habe ein gutes Gefühl. Also wird es gut. Ein schlechtes Gefühl. Äh. Dann wird es schlecht gehen. So. Genau. Müssen wir noch ein wenig Erde mitnehmen. Jede Menge. So. Haben wir noch. Äxte. Haben wir noch. Erde. Machen wir auch noch. Seht ihr dann auch gleich wofür das Ganze dann ist. Mit Sand wäre es zu tricky hier etwas zu arbeiten. Weil. Äh. Müssen wir das ganze Haus einsanden. Ist natürlich schlecht. So. Komm schon. Baby. Hier. Mal. Zuckerrohr wieder wechauen. Dass es nachwachsen kann. Ich hoffe das dann natürlich auch wunderprächtig hält. So. Jetzt wird es tricky. Jawoll. So. Fangen wir an mit dem Baum wechauen. Ja. Wir fangen mal an hier den Baum hier wieder weg zu bolzen. So. Muss ja dann eh nochmal in die Mine reingehen um Obsidian abzubauen. Sonst kriegen wir schon alles. Und ihr seht ja eigentlich binnen kürzester Zeit wie schnell das ganze jetzt hat hier klappt. Äh. Ich gehe immer recht bei Zeiten hier ins Bett im Spiel. Hat einen Vorteil dass man da nicht so viele Monster außen hat. Allerdings ist schon öfters vorgekommen das Raumschiff Enterprise hier in der Nähe war. Und unseren Creeper genau in den Rücken reingespawnt hat. Ja. Man muss da immer Obacht geben. Ewigkeiten sieht man kein Monster. Und auf einmal hier explodiert er. Freut er sich. Dass er uns erwischt hat. Ein bisschen traurig weil man unser ganzes Inventar alles verloren hat. Ah stimmt hier. So. Da bauen wir doch jetzt gleich mal den nächsten her. Zack. Ich muss immer schauen dass ich genug von den Samen hier habe. Zwei Stück. Mal schauen. Und ich glaube dass ich hoffe das könnte tricky werden. So. Ich brauche noch einmal Erde. Nehme ich hier mal weg. Na zweimal. Seht ihr dann auch wofür ich das ganze brauche. So. Schafwollsche. Wo bist du? Hier. Können wir natürlich jetzt noch ein paar Samen kriegen. Jawoll. Jetzt wird es dunkel. Jetzt müssen wir sich beeilen. Ab ins Bettchen. Sonst schimpft der Creeper. Aber die wolle nehmen wir noch mit. Machen wir hier zu. Das kann ein Monster reinkommen. Hier können wir eigentlich offen lassen. Und Schlafenzeit. Schlafenszeit. Ist die schönste Zeit. So. Neuer Tag. Neues Glück. Ja. Wenn wir jetzt hier mal die Zuckerrohr abbauen. Jawoll. Sehr schön. Ihr seht ihr hier wie wie viel Zuckerrohr man jetzt abbauen kann. Es hat sich rentiert. Müssen wir gleich nochmal hochschauen. Ob unsere Baumsommen jetzt noch da liegen. Dass wir einen zweiten Baum mittlerweile kriegen. Jawoll. Haben Glück. Und die wolle mal wieder mitnehmen. haben. So. Ist doch schon mal optimal. So. Jetzt kommt mein Trick. Da war man dicht. Dunkles Eichenholz. Jawoll. Die ersten Gäste haben wir hier auch schon. ein. Gleich seht ihr. Was es auf sich hat hier. Mit der Erde. Das ist eigentlich für mich eine Behilfs. Linie sozusagen. Zack. Ich nehme hier erstmal auf. Auffüllen. Zack. Zack. Und tun wir sich dann auch später leichter. Zack. 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 Wichtig ist erstmal an den langen Stegen hier. Jetzt bin das ganze zu machen. Und mit dem Dach eigentlich immer. Spitz. Zulaufen zu lassen. Auf der kurzen Seite. Das lassen wir mal. Eins. Zwei. Drei. So. Das war klar. Das war auch klar. Etzer. Jawoll. Oh fuck. Jetzt ist das ein. Blödeweise zu hoch. Habe ich noch Erde. Erne. Einen. Einmal Glück. So. Zack. Zack. Und die dritte. Drei. So. jetzt gleich auch wofür das ganze ist spart uns haufen energie fleisch und sonstiges jetzt bloß mich hier ein bisschen verrechnet drum hat es jetzt nicht hingehauen das was ich euch zeigen will wollte wenn ihr ungefähr im vorfeld schon wisst wo euer dach anfängt könnt ihr da schon mal eine hilfslinie machen jawohl so jetzt klappt es hier beginnt nämlich unser dach ich hole noch mal ein bisschen erde weil wir brauchen noch ein bisschen mehr ich glaube ein eine halbe seconden reichen kommt es dahin auch ab hier oben können wir hier wieder wenig platz machen im inventar haben wir dich zur nutz schon mal da rein das lassen wir mal alles wolle können wir dich mal da oben hinschmeißen so und weiter geht's weiter geht's nicht erschrecken das brauchen wir noch später um das dach ein bisschen schöner zu machen 1 2 doch das passt dann gehen wir gleich mal wieder hoch und können das ganze jetzt von oben schön machen nachdem ich hier die wolle noch mitgenommen haben und die auch noch ihr seht das klappt ja hier wunderbar so eine spannerei hier macht das eigentlich immer einmal ringsherum ihr seht es dann auch später für das dach dass man da ein bisschen dicker auftragen kann das muss erst mal für den anfang jawohl machen wir da auch noch rum mir wunderprächtiges dach dann bauen können kommt kommt das ganze hier hin hier kann man gleich mal ausrechnen dann wie viel wir ungefähr noch brauchen von den stufen 17 hatten wir 17 hatten wir 17 so aha ihr seht es wird ein bulliges dach jawohl dann machen wir vorher erst auch mal eine erdtreppe rein weil das wird recht hoch ich hoffe es schaut nicht zu komisch aus hier zu kleiner untergrund und ein zu bulliges dach aber was soll es ging ja auf der anderen seite bloß zum schutz unsere bücherei da kommen wir uns jetzt allein können wir hier dann nämlich gleich mal wieder aufstocken mit dem nächsten man könnte auch ein bisschen holz sparen wenn man weiß welche man weglassen kann das ist dann nicht ganz so tricky wird so haben wir hier noch was ist das fichten dunkles eichenholz ist gut zack 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 bauen wir hier wenigstens symmetrisch hier lassen wir mal ein offen was dann folgenden grund hat dass wir dann aufs dach noch raus kommen so ihr seht ja hier ein bisschen mühselig aber es klappt jetzt brauchen wir dann eh noch einen ganzen schwung wolle dann sehen wir dann noch wie viel wir letztendlich noch brauchen so können wir jetzt mal hier die wolle her tun die wolle zwo, drei zack 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 und ihr seht jetzt das ganze hier langsam gestalt an so kann ich hier nämlich dann schön nochmal fenster einbauen so komm ab hier auch sitzplatz fuß hau ab komm tschüss gute nacht nicht wahr der schwein so gleich nochmal die fenster reinbauen weil die vergisst man meistens immer am schluss so wir brauchen hier also noch einen haufen eichenbretter zack können wir hier nochmal her machen das erspart uns natürlich dann auch später das ganze wir können jetzt hier auch mit wolle alles auskleiden hier hinten je nachdem wie viel man hat schaut ein bisschen süßer aus so da hin eins, zwei, drei da hin eins, zwei, drei da hin mal gleich durchgängig so kann man da noch hin das lassen wir erstmal so ouch so die axt im wald also ihr seht wir brauchen hier noch einen haufen material das kriegen wir aber noch alles so einmal jetzt holen wir uns erst noch das birkenholz das ist sehr wichtig na komm jawoll hallo kuh also zack zack oh es wird wieder dunkel Es wird dunkel ja Sollte erstmal Oh, komm, komm schon Baby Die Monster warten nicht Ich warten nur drauf Dass es dunkel wird Auch immer ein wenig komisch Wenn ihr wo seid, wo zu viel Licht ist Dann kriegt man es nicht gleich mit So, und ab in die Falle So, komm Komm Baby Jawohl, dann bedanke ich mich Wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Euer Raymond Deluxe